Sie sind hier, 13. Januar 2019, 11.45 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Arndt Pfeiffer, R. und Benedikt Doyle gehen mit der deutschen Staffel in Oberhof an den Start, Urheberrecht, Getty Images in Oberhof wird es am Sonntag besonders laut zu gehen. Die Staffeln der Frauen und Männer stehen auf dem Programm. Die DSV-Teams gehen aussichtsreich in die Rennen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär Mehr Mehr